Also Boys and Girls, wir starten mit der Teambewertung. Ich mache jetzt mal hier den Ronaldo Flashback rein, weil den haben wir häufiger gespielt. Kulosevski haben wir acht mal dann gespielt. Ich glaube zweimal kam er als Sub. Ja, wilde Weekend League, 23 Siege geholt. Dazu muss man sagen, letzten Win haben wir donated gekriegt vom Gegner. Jetzt kommt wahrscheinlich die Tage auch auf dem Stream-Hiler-Kanal online. War eine sehr wilde Geschichte. War eine sehr, sehr wilde Geschichte. Zwischenzeitlich 17-3 gestanden, dann 17-5, dann ich glaube irgendwie auf 20-5 hoch oder so. Ich habe irgendwie immer zwei Spiele am Stück verloren. Das war irgendwie ganz wild. Ja, alles in allem. Team hat Bock gemacht. War eine durchwachsene Weekend League. Also ich hatte Momente, da hat die Weekend League richtig Spaß gemacht. Also heute Vormittag, als ich gespielt habe, war es echt full nice. Heute im Stream auch einige nice Games dabei gewesen. Freitag hat extrem Bock gemacht, aber so die letzten sechs Games, die letzten sechs Games dieser Weekend League waren richtig ekelhaft. Also heute der Stream war, der ging auf jeden Fall an die Substanz. Ich habe glaube ich heute im Stream bis auf einen Gegner nur gegen Deutsche gespielt. Ich habe gegen Karius gespielt, gegen Nassim gespielt und sonst nur gegen Zuschauer, die halt zu 90 Prozent, bis auf den letzten, der war ein Ehrenmann, gegen mich halt wirklich um ihr Arschloch geschwitzt haben. GGs gehen raus, Alter. Ihr wisst wie das ist in FIFA. Man regt sich auf, ja. Fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Ich denke mal jeder von euch kennt das, wenn das Spiel gegen einen selber läuft und man kurz vor dem mentalen Zusammenbruch ist in der Weekend League, dass man auch mal ein bisschen ausfallender wird. Ich möchte es hier nochmal sagen. Ich meine damit nie persönlich die Gegner oder so. Ich beleidige immer dann, wenn das Spiel oder den virtuellen Gegner. Egal, mir ist es scheißegal, Alter. Ihr könnt gegen mich schwitzen, wie ihr wollt. Ihr könnt mir drei Dabs und drei jubeln, wobei die gibt es nicht mehr. Dabs gibt es auch nicht mehr. Ihr könnt gegen mich auf Zeit spielen, Alter. Am Ende des Tages ist FIFA daran schuld, weil eben die Meta ist. Langsamer Aufbau, auf Ballbesitz gehen. Im Idealfall Verteidiger gar nicht anwählen, sich hinten rein bunkern, auf Autoblocks gehen. Das ist nur mal die Meta, Alter. Jeder soll so spielen, wie er meint. Und ich meine, am Ende des Tages hat der Recht, der gewinnt. Ist halt einfach so. Von daher, das wollte ich nur nochmal sagen, weil ich mich halt häufig darüber abgefuckt habe jetzt diese Woche. Tor. Fangen wir an mit Lunin. Ich finde, der hat echt einen richtig guten Job gemacht, so. Ich habe 60.000 Coins für den bezahlt. Der hat phasenweise echt paar richtig kranke Dinger rausgehauen. Für 60.000 Coins, der war echt stabil. Also ich würde dem eine 2 geben. Der hatte auch ein, zwei weirdes Szenen drin, aber der war echt gut. Nicht sehr gut, aber gut. Ich gebe dem eine 2. Eine glatte 2. Also den kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich kann euch den blind empfehlen. Aber wenn ihr Lunin zockt, habt ihr nicht den Überkeeper im Tor, der alles hält, so. Rechtsverteidiger. Da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Den fand ich ultra krass. Serginio Dest. Ultra heftig. Ausdauertempo. Ultra strong. Und der ist halt auch so stark am Ball. Uff. Also Dest kriegt von mir eine 1-. Das ist eine ganz, ganz klare Empfehlung. Den fand ich richtig killer. Verteidigung. Long Lee. Keine Erwartung an den gehabt, weil absolute Chemie-Hure. War solide. Aber mehr auch nicht. Gebe ich eine glatte 3. Kann man spielen, aber will man halt nicht spielen. Also wenn man den jetzt nicht irgendwie chemiemäßig braucht, gibt nicht 160.000 Coins für einen Long Lee Informaus. Würde ich eine 3 geben. War ganz in Ordnung. Der Typ. Er ist mir ein kleines Rätsel. Der hat Spiele gehabt. Ultra krass. Der hat Spiele gehabt. Da denkst du dir, wofür zahle ich 2 Millionen Coins? Zwei rote, ja. Zweimal musste der die Notbremse ziehen. Also ich würde sagen eine 2-. Der war schon nice, aber der war nicht konstant. Ich gebe ihm eine 2-, weil es Ramos ist. Wäre es nicht Ramos, würde ich eine 3+. Ich gebe ihm eine 2-. Cole. Ohne Witz, Cole hat es solide gemacht. Cole war echt solide unterwegs. Ich würde Cole sogar echt eine glatte 2 geben, weil an den hatte ich gar keine Erwartungen, weil der auch nicht Chemie-Hure war. Cole fand ich echt strong. Ist halt auch, holt ihr euch nur dann, wenn ihr unbedingt die Chemie braucht, weil sonst reicht halt ein Mondi, ein Davis, keine Ahnung. Aber dem gebe ich eine glatte 2. Den fand ich echt stark. Also vor dem hatte ich ein bisschen Angst, den zu spielen. Der war echt strong, so. Oh, Cole war stabil. Ne, eine 3 wäre mir zu schlecht. Eine 3 wäre mir zu schlecht, weil dafür hatte ich zu wenig Erwartung an den. Ich habe den halt gespielt mit dem Wissen, oh, fuck, eine Chemie-Hure. Aber ich fand den echt stabil. Ich fand den, fand den wirklich stabil. Sagen wir mal eine 2-. 2 ist vielleicht zu hoch. Sagen wir mal 2-, weil der kostet halt schon 500k. Kollege Chiellini, ich bin mit dir nicht glücklich geworden. Ich hätte dir nach den ersten Spielen, als ich dich auf Shadow gespielt habe, da hätte ich dir so eine 6 gegeben. So eine 6 hätte ich dir reingedrückt. Mit Artist ist halt ehrlich besser geworden, aber der Typ kriegt halt immer noch jedes Mal einen Schlaganfall, wenn der einen Pass über 3 Meter spielen muss, ne. Der hat 0 Dribbling, 0 Passen, Stellungsspiel ist wack. Wenn er in den Zweikämpfen drin ist, ist es stark, aber ich würde den halt, wenn im Game dann vielleicht in die Innenverteidigung stellen, so. Also im Mittelfeld fand ich den nicht gut. Ich 4-. Ich würde den Typen halt niemals spielen, wenn ich den nicht als Chemiehure brauchen würde. 4-. Ich würde ihm niemals spielen sonst. 4-. Mehr kann ich ihm nicht geben, for real. Seedorf. War okay. Nicht mehr. Defensiv fand ich den katastrophal. Der hat viel zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Offensiv fand ich den ganz nice. Aber das war sowieso so eine Mittelfeldkrankheit bei mir. Ich hatte einfach, und das brauche ich unbedingt, vielleicht bin ich da auch verwöhnt, weil ich sonst immer meistens mit Kimmich spiele. Ich brauche halt im Mittelfeld jemand, der das Spiel aufbauen und lenken kann. Und die beiden haben halt jedes Mal, ich weiß nicht, wo der 87 Passen hernimmt, aber Seedorf und Chiellini, das war spielerisch das schlechteste Mittelfeld, die schlechteste Doppelsechs, die ich jemals gezockt habe. Defensiv war es phasenweise okay, aber ich kann Seedorf auch keine 3 geben, wenn ich dem, das würde ich lügen, weil ich den zu häufig dafür ausgewechselt habe, weil der mich abgefuckt hat. Andererseits, ich habe Chiellini eine 4- gedrückt und Seedorf ist halt schon mindestens eine Note besser gewesen als Chiellini. Ich gebe ihm eine 3-. Nee, ich gebe dem keine, der war nicht, nee, 4+, 4+, ich kann dem nicht, ich kann dem keine 3 geben. Eine 3, eine 3 würde heißen, ich war mit dem ganz zufrieden, aber war ich nicht. Ich war nicht mit dem ganz zufrieden. 4+, so, auf der 10. Der Typ hat richtig Laune gemacht. 37 Scorer in 31 Spielen, ich habe ihn eigentlich immer gegen so zur 60. Minute ausgewechselt, obwohl der 90 Ausdauer hat, aber um ein bisschen Tempo reinzubringen. Der war echt strong. Vollkommen unerwartet. Ich hatte einfach mal Laune auf den, weil, keine Ahnung, so. Doppel 4, Curve Shots Rate, 95 EFE, 91 Fernschüsse, 96 Schusskraft, hat mich irgendwie angelächelt. Ich sage es euch, so wie es ist, Drucker gebe ich persönlich und den werden viele nicht feiern, eine 1-. Der hat richtig Bock gemacht. Damals, die SBC hat ja auch gar nichts gekostet, aber der hat Laune gemacht zu spielen. Linker Fuß extrem stark, wenn der linke Fuß frei ist, Curve Shot immer drin, gefühlt. Vielleicht mal bis auf 1, 2 Aufnahmen. Passspiel fand ich sehr stark, Dribbling fand ich stark, Füße ist auch sehr gut am Ball geblieben. Einziger Nachteil, bei dem ist halt wirklich Tempo so, ne. Einziger Nachteil wirklich Tempo. Aber hat mich jetzt auf der 10 nicht so krass gestört, gebe ich ein 1-. Den fand ich halt echt strong. Außenspieler. Bamba. Bamba hat mich überrascht. Die Stats sehen jetzt halt nicht so krass aus, weil ich den vorher ein paar Mal eingewechselt habe. Aber alles in allem fand ich Bamba auch solide. Ne, solide. Ich würde ihm eine 2- geben. Ich fand Bamba echt gut. Also, das, was ich auf den Außen brauche, macht er. Der ist schnell, der hat ein gutes Dribbling. Die Ausdauer ist ganz solide. Der hat gute Pässe. Mit dem kannst du mal auch draufschießen. Du kannst mit dem nach innen ziehen. Du kannst die Grundlinie durchlaufen. Also, der Typ kann eigentlich alles das, was ein Außenspieler können muss. Das Einzige, was dem halt noch so ein bisschen fehlt, ist noch mehr Schuss. So. Die Stats. Was hat er für Stats? 21 Scorer in 24 Spielen. Das ist für einen Außenspieler echt stark. Also, ich denke mal, jeder, der mit Außen spielt, weiß es ganz genau, dass vor allem, was die Scorer angeht, Außen eigentlich relativ häufig untergehen. Aber das ist kein CR7 auf Wish. Das ist ein CR7. Freunde, wenn ihr diese SBC noch nicht gemacht habt, macht das. Für 250k kriegt ihr einfach wirklich einen absolut spielbaren CR7. 79 schießen ist die größte Lüge auf diesem Planeten. Der Typ hat original genau den Schuss von Cristiano Ronaldo. Das Einzige, was der halt nicht hat, ist der Weakfoot. Ansonsten schießt der genauso wie Ronaldo. Ist einfach so. Probiert den bitte aus. Macht den. Für 250k, das ist ein Geschenk. Das ist ein geschenkter Ronaldo. Das Einzige, was euch fehlt, ist Weakfoot. Und was auf den Außen, wenn ihr den auf Außen spielt, der Pass ist halt komplette Grütze. Aber sonst, Dribbling ist stark. Der Schuss ist stark. 74 Ruhe. Absolute Lüge. Im Eins gegen Eins ist der extrem strong. 78 Abschluss. Absolute Lüge. Ich finde den richtig, richtig stark. Also, wenn man den auch machen kann, geht da rein. Geht da ehrlich rein. Das ist geschenkt. An dem gebe ich eine Eins-Minus. Nein, nicht eine Eins. Dem muss ich eigentlich eine glatte Eins geben. Ohne Witz. Weil, was erwarte ich von einem Außenspieler, der in 24 Spielen 21 Scorer als Außenspieler gesammelt hat. Hat so viele wichtige Hütten gemacht. Eins plus nicht, aber glatte Eins kommst du auf jeden Fall hin. Ja, und dann, Bruder, das ist halt eine Eins plus mit Sternchen, Alter. Wenn ein Spieler 59 Scorer in 31 Spielen macht, wo du ab der 70. Minute bei mir dauerhaft auf die 6er Position geparkt wirst, dann hast du eine Eins plus mit Sternchen verdient. 59 Scorer in 31 Spielen. Wild. Und ich habe den wirklich gefühlt immer ab der 70. auf die 6er Position gestellt. Bei mir waren halt die Standardwechsel diese Woche, beide 6er auszuwechseln, weil ich beide Crap fand. Das heißt meistens Chiellini raus, da für Kimmich rein, Seedorf in Sturm gestellt, dann Rooney auch für 6 geparkt und für Seedorf halt Lever eingewechselt. Weil der Typ kann halt auch 6er zocken, ne? Weil der ist robust. So, der hat 90 Stärke, der hat die Ausdauer, der ist nicht klein. So 1,76 ist solide. 71 Abfang. Wahrscheinlich wäre mit Shadow auf A6 noch krasser so. Aber wenn ihr Rooney macht, und das würde ich euch auch empfehlen, weil der Preis leistungsmäßig echt krass ist so. Spielt den Ingame offensiv, wenn es chemiemäßig passt. Wechselt den ab der 70. Könnt ihr den auf A8 oder auf A6 parken. Glaubt mir, da performt der auch. Ultrastark. Pässe gut. Dribbling gut. Longshots ultrastark. 1 gegen 1 ultrastark. Abschluss ultrastark. Rooney ist ein 1 plus mit Sternchen. Und mir ist sein Tempo nicht negativ aufgefallen. Ich finde, der hat sich schneller angefühlt als 87 Tempo. Das liegt aber vielleicht auch an seiner Stärke. Weil der, wenn der im 1 gegen 1 mal durch war und vor dem Verteidiger war, der Verteidiger konnte den nicht mehr einholen, weil Rooney gefühlt so läuft. Mit beiden Ellenbogen so ausgeklappt. Das ist halt richtig krass. Ansonsten, ja, hier ist es immer schwer bei Einwechselspielern eine Note zu geben. Kimmich, Bruno und Lewandowski, würde ich lügen. Die haben mich schon durchgecarried. Also die haben mir mindestens ein, zwei Spiele habe ich auch nur wegen den Totis gewonnen, sage ich euch ganz ehrlich. Pay-to-Win-Faktor natürlich auf meiner Seite so. Also ich habe safe mal mindestens zwei knappe Spiele gewonnen, weil ich dann halt Lewa auch einwechseln konnte. Der Typ hat mir so viele Spiele gerettet. Und Kimmich ist halt auch brutal, ne? Also Kimmich, finde ich, ist im defensiven Mittelfeld. Kimmich läuft so viel. Kimmich arbeitet so viel. Läuft so viele Lücken zu. Kimmich spielt sich wie zwei Sechser. Der ist zwei Spielern einer Person, der Toti. Das ist echt krass. Ansonsten kann ich noch sagen. Ersteindruck, Kulosewski. Richtig geil. Spielt sich wie ein Messi in schnell und mit mehr Füßes. Richtig stark. Der Longshot mit dem linken Fuß. Ultra nice. Bei dem Typen, keine Ahnung, kann ich noch nicht sagen. Sechs Spiele eingewechselt, nicht ein Scorer gesammelt. Zu dem kann ich noch nicht viel sagen. Also weder, der ist mir nicht scheiße aufgefallen, aber der ist mir auch nicht irgendwie aufgefallen, weil der irgendwas krasses gemacht hat. Den werde ich aber vielleicht nächste Weekend League mal von Anfang an spielen. Auf den habe ich eigentlich Ultra Bock. Muss ich mal gucken. Sehe ich mich schon. Alles in allem wünsche ich dem Team. Also ich sag mal ehrlich, ne? Das Team, was meint ihr, was kostet das insgesamt? Also Ramos sind zwei Millionen. Die zusammen 2,2, 2,5, 3 Millionen, 3,2, 4,2. Also all in all kostet das fünf Millionen, das Team. Also ihr könnt euch für fünf Millionen Coins deutlich bessere Teams bauen. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist kein Meta-Team. Vor allem hier, der Kollege hier ist keine Meta. Kellini ist keine Meta. Cole zockt kein Schwanz. Long Lee würde man normalerweise nicht zocken. Ich würde dem Team eine glatte 2 geben, weil ich habe mich eigentlich auf eine Fun-Weekend League eingestellt und ich habe halt letzte Woche gefühlt mit einem kompletten Toti-Team gezockt und mit dem Team jetzt mehr Siege geholt als mit dem Toti-Team. Es ist jetzt keine 1 gewesen. Das Team hat jetzt nicht alles wegrasiert, aber das Team hat halt phasenweise richtig, richtig Laune gemacht und halt performt. Die 23 Siege stehen am Ende da, ne? Und ich würde sagen eine glatte 2. War schon nice. Für die, die sich die Ingame-Taktiken ziehen wollen, 4,2,3,1. Ausgeglichen, ausgeglichen. So wie immer eigentlich. Besonders hervorheben nochmal Rooney und Ronaldo. Wenn ihr die Coins habt, würde ich die SBCs echt machen. Also bei Rooney müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr den gelinkt bekommt, weil ich würde halt nicht 300k für so eine SBC ausgeben oder 250, was der kostet, um den einzuwechseln so. Würde ich nicht machen. Aber wenn ihr Ronaldo irgendwie einbauen könnt, im 4,5,1 könnt ihr den ja grün linken mit Quadrado oder mit der Dybala SBC, dann nehmt den auf jeden Fall mit. Nehmt den mit ohne Spaß. Das ist ein Ronaldo für 250k, das ist ekelhaft.